Tami ist zurück und hat brandneue Folgen von Caught in the Act am Faithful im Gepäck. Sie sammelt Beweise und hilft diesen Toteltauben, die Wahrheit zu finden. Betrüger aufgepasst, denn wer die Liebe nicht ernst nimmt, bekommt es mit Tami zu tun. Brandneue Folgen Caught in the Act am Faithful, jeden Sonntag 21 Uhr auf MTV.